Na ja, Lüge, ich will das auch erzählen, wo das dann gemacht wird, in dem Programm, wo wir den Vierer waren, unser Geburtstag für Tage Jahr, für unser Pomerischreiber. Wir waren dann ein Programm gemacht, so in der Internet, wie wir das dann wissen, in Facebook, YouTube, Instagram, Tiki-Toki, und das war auch eine Feierstunde, wo wir da dann vertellen und spielen da. Wir da dann ein paar Lüge, die Hände auch beim Spielen, da ist auch den Köln, mit den Spielen, der Klauschen, und das kannst du mitmachen, auch wie wir, kannst du den noch kicken, in unsere Reden Sociales, Facebook, YouTube, Tiki-Toki, Instagram, und kannst du hören, in unserer Pomerischreiber. Und da wollen wir auch, daile und losen, ja, wir da auch den Geld und losen, weil wir das Pader hinschicken, wenn das Pader hinschicken, wenn das Pader, wenn das Geld ist. Denn da, wie über 3.000, konnte er so auslösen, aber das war, ich denke, über 30 Mal auslösen, dann kannst du, wenn sich 30 Mal erst mal gewinnen, ja. Aber, wer gewinnen wird, kann dann nicht mehr gewinnen. Wir wollen dann, dass mehr gewinnen sollen, desto bloß ich eins gewinnen. Und dann, äh, wenn du den Mitmacher wirst, der auch losen, das deinen Namen rein schriebe, da in der Live, in den Kommentaren, da, oder, da kannst du auch eine, eine, eine Bescheid schicken, dort aus dem Telefon, was hier unten in der Teller ist, das kann dann auch markt werden. Und wenn du keine Reden Sociales haben, da ist keine Ahnung, möchte deinen Namen auch rein schriebe. Da muss dann bloß sagen, ein Stuhl, wie auch mitmacher, er hat keine Reden Sociales, denn da im Sinne nochmal auch rein machen, dann darf das auch anschriebe, ja. Wie will er das schon, gau, da sind ein fröhlich, da, äh, das gilt aber, wie Grächer, verfehl über das Mithilber da, in ganz Brasil, und das will er, wie so auslösen, so ist er, aus dem Telefon, Wenn es aus 50 Jahre dauert, da wie 50, und losert er eine Masche. Und wenn es aus 100 Jahre dauert, wie 100 Jahre dauert er eine Masche. Und wer hat mehr, wer hat weniger, aber, wo fehler sollte er, das kommt da nicht, wie man sagt, das kommt da nicht an, wie man sagt, das ist, das Spass, was wir machen wollen, die Fröhlichkeit, was wir machen wollen, ist größer, als das gilt, als die Unlose. wir da dann bloß so, machen, um das noch denken, ja, dass wir den Unlose haben, dass der Ideale, was der Lü, uns sogar auch schenkt haben, in unserem Projekt, Pomerisch Radio und TV. Denn der 1. Mai, der klark ist uns, äh, von Brasilien stehen, ist das denn, ja, in Rondon ist ein bisschen anders, da wir den Anfänger, und beteiligen, wenn es sich bliebe, wie, deine Leib, und das kannst du mitmachen, wenn du willst. Ja, grüßt euch alle, ich wünsche, dass, äh, dass euch das ansteht, dass ihr euch freuen könnt, mit uns, äh, mit dem, was wir aufstellen waren, an und weg, nur dann, ja, der 1. Mai, wo wir dann wieder waren, da, der 3. Jahr, wo wir dann auch, so viele Teile aufstellen können, in unserem Projekt, Pomerisch Radio und TV. Ja, ich bin auch noch, von Santa Maria, die jetzt bei Spitz, und auch alle neue, damit mitmachen, unser Spezialprogramm, der 1. Mai, klack zuerst ums, denn wir müssen alle sehr fein mitmachen, unser Programm Spezial, wo wir uns sehr von Freudeau, und die Burtstag mit TKJ. Grüß für euch alle, ja.